jetzt habe ich noch den beiden Pornolaufen die wollen ich mir unten angucken gleich zum Laden First Game Darius gleich gegen Timo, eine Bombe, ey Du machst von der Müllhalde 2? Ne, ne, glühende Fetzchen, die ist das mit dem Feuerwehrmann da, wo dann diese Voreinkommen und dann mit Alarm Alarm! Alarm! Schauen, genau den! Den wollte ich mir mal anschauen, den hab ich grad immer als Laden sah hab ich den gerade Sofort wieder Auf diese Konsequenz noch mal ein Gameplay hat oder so, aber bis halt nicht, aber... Aber ein Hammerfell, ey! Ja, einer der Klassiker Ja, das ist eh so Halt, Halt, Halt für mich alles! Ich bin richtig krasser Twitch-Musik Das muss ich euch sagen Was spiel ich denn eigentlich mal, wenn ich gucke? Akali, oh scheiße! Das kann ja was werden Das kann ja was werden! Ihr warst so ein Skin? Ja... Ja, was soll ich denn sagen, den Timo? Ja, was soll ich denn sagen, den Timo? Ja, glaub ich so, Supporter! Wo richtig gut ist Team? Vor allem, weil ich der Riesse mich schreibe. Der Riesse noch nie gespielt! Nö! 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 Ich bin wieder Top-Learn! Weil sie hier oder Mana haben! Weil sie hier oder Mana haben! Weil sie hier oder Mana haben! Ein Heal! Wo kommt das alles? Hey, hilf mir doch mal! Halt dir nicht mehr helfen! Halt dir nicht mehr Hilfe! Halt dir nicht mehr Hilfe! Ego Darius holt sich noch einen vierten Pot! Oh Junge! So! Die Party kann losgehen! Nein! Wir haben hier... Wen? Es wie Leona! Ich will schon kein Bock mehr in der Karriere! Mit Amor fängt sie an! Sehr nice! Scheiße! Halt! 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 Wake! Halt! Nö, miss! Halt! 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 shit is! Hey! Ich werde sautes Kittle drauf schießen und Den torch jetzt braucht man Tro yanlışrog guter Start für Timo guter Replay da habe ich das richtig, dass Darius, wenn er sein Coup macht und an den Macht die weiter außen stehen äh, ne, halt auch glaube ich da bin ich mir sicher äh, fuck, mein, 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 was ist er weg ja, dann hast du recht geklickt, ne? ja, genau in der Sekunde ja oh, ja, ich hab's schon hilf mich einfach, solange es ready ist und dann klappt das schon ja, oh ja, die ganze Zeit huuuh oh hä? ja, ich wollte noch grad's Highlands, aber es hat geklappt aber es hat geklappt, aber zu spät ah ja, und du bist gestorben ja, bin ich auch wenn ihr gewonnen wollt du bist, ne? ja, geil, ey da konnte ich nicht ja, du bist auch fuck shit die sind oh, arme Leona scheiße was tot oder wie hat leona kassiert oder was war los ja mann junge ich komme raus ich gebe ihr one hit one down und so und dann noch so und dann denkst du dich so krasse scheiße die suraka ist dreist und dann läuft sie mir daher und ich mache sick move nach links sick move nach links ok 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 siehst du das sie kassiert so hart wort man bitte ich bin sorry tut mir leid ich kann keinen gank jetzt gebrauchen fun fucking fantastic yo oh nein überlegt sogar noch dieser damage ja arschfick aber hart hier habe ich mal ja 6 sekunden 5 sekunden es ist doch scheiße irgendwie schon egal du bist fast wieder voll das ist wie das ist Ah, das ist doch scheiße. Silena ist aber auch übertrieben, denke ich, schon am Anfang. War nur Witz. Da sind sie. Ah, ich kann nur oben, ne? Ich kann nur den Wort reinstellen, oder soll ich das? Ne, der hat auch noch keine Wort gelegt. Soweit ich weiß. Ich bin fast nur so jung, scheiße. Ich bin so cool. Die Betriebe ich schon mal. Hala, das ist treibend. Ah, okay. Good job. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wir haben Wetten abgeschlossen. Was? Was hast du gemacht? Wie, was ich gemacht habe? Ich hab wohl in dem sogar noch erst mal erst geschrieben. Was hast du denn gemacht? Sag an. Ich war auf 3.BZ und auf einmal kam der B-Bundesrujana und ich konnte nichts mehr machen. Ah, der ist natürlich scheiße, wa? Oh, du kannst ja das mal schlafen. Ja, das war so. Ich hab da gemacht. Weck aus Eike. Wo komm, raum wo komm. Ich bin gleich da. Und Leona. Ne, Leona hat den Dragon gewartet. Und Leona, ne Leona hat den Dragon gewartet. Yo! Schon wieder, ey! Oh, what the fuck? Fick dich doch! Lass mir das vorstellen. Also wie denn hier? Hä? Wie viel Schaden die macht? Ja, ich hab die grad schon hier gegeben. Was auch nicht so sehr, als der mit Herrn ins Gag dann. Ahnung, komm runter. Ahnung, komm runter. Äh, SRF macht ja ganz schön viel Damage. Oh shit! Sind wir denn hier ready? Danke. Mein Ding ist... Hey. Es sind vier Leute auf Botlane, vier Leute, haut ab. Vier Leute auf Botlane. Ja, was sollen wir machen? Vier Gegner... Alter. Wollt ich vom Tower weg, oder wie? Hast du Mana? Wollunter, Talo. Ich hab jetzt Ulti. Ja, ist das drauf vielleicht, das gleich drauf geht. Oh mein Gott! Ich hab nicht unendliche Mana. Komm drauf, 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 drauf! Sick! Was? Ich hab sie geslowed. Hast du grad Sick gesagt? Ja. Mann. Schade, okay. Verpiss dich! Ich hab mich nur besprochen, halt. Ich will dir Mana geben. Kann nicht. So. Gib ich ihm Mana. Puh, zu spät. Es ist einfach Akali am Tor. Du Darius da oben, du Goldspieler. Ah fuck, Akali, sorry. Map Awareness. Goldspieler. Oh, ich will ihn doch nicht. Oh. Hey! Ja toll, jetzt steht die da am Busch. Wahrscheinlich portet sie sich weg, aber ich weiß es nicht. Ey! Ey! Wieso machen die so viel Schaden, ey! Wieso machen die so viel Schaden, ey? Wieso machen die so viel Schaden, ey? Nein, ich hätte die Dinge kriegen können. Fass uns nicht, ey. Fuck. Nun, ich hätte die... Nein, Mom! Fuck. Die sind, glaub ich, beim Dragon. Ja, die haben mich gesehen, den abgehauen. Genau. Oh mein Gott, der Tor-Launch, lass uns abhauen, nein. Nice. Na, du bist bisher jetzt einmal gestorben gegen... ne, zweimal schon. Mhm. Schade. Die Leona macht aber auch zu schaden, ey. Ja, die hat auch voll viel Leben, ey. Sollte einer sagen, dass Darius nicht OP ist, ey? Ich bin sogar gegen seinen Körpertschau, ey. Darius ist so technisch. Wer sagt denn, dass Darius nicht OP ist? Habt noch nie einen gehört, der gesagt hat, nee, ist nicht OP. Okay. Ending, Akali ist weg. Ja. Jägen sind da. Ah, ja, kriegst du nicht. Gottlein fehlt, ne? Ah, fuck! Ey, schon wieder, fick dich! Flash ist da, ne Flash. Was? Ihr kein Flash? Ja, Flash ist von ihr in der Haare, für Flash, dann muss ich nichts machen. Ich bin jetzt gleich da. Und Align has been slayed, an enemy has been slayed. So, ich hab nicht wirklich Erfolg, eigentlich. Ich hab nicht wirklich Erfolg eigentlich. Wir sind irgendwann von der Leona getrocknet. Wirklich ein Erfolg, eigentlich. Wirklich ein Erfolg, eigentlich. Wirklich ein Erfolg, glaube ich. Ja. Okay, wir sind immer gut. wir haben schlafen ich habe ihn schon eben nicht mehr gespielt sie läuft doch gut bei ihm ja nicht, komm, komm, komm wo, 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 wo ich muss kurz nachdenken oh nein ich weiß, was hat uns denn so langsam ach ja brutaliser oder sowas oh, top tot, top tot lol stell mich davor, stell mich davor nein man ey super, genau, jetzt habe ich meine cooldown von meinen Ulti weg, weißt du fick dich doch amumu, ey Dreckswort, ey kommt sich mal eine Ohrge bitte ich bin voll krass 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 er hat zwar fast nix, aber der ist trotzdem stark, ich weiß auch nicht also, wo, legt was runter mein Bruder kann ich nicht sein krass าu krass 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 Prozent Schalbeschuss geworden da war das Hallo die muss auch wenn er in der Europäischen und die in kein wenn ich nichts ohne Scheiß man das ist das ich gehe ich komme auch und Jö jerar da ist Orsius stuart der Gnomeur ist denn Komkom Komkom kommt Komponent darauf dem Eintrassel Vortraheerl aufraubt auf deropen Klobort er kommt nicht mehr nix die Gauppel genau er hat keine Wissen Löhner hat alle Lobbommern Rundfunk und mann in der einen Kurs war noch überflaschen und erzielt sie sieht man soll ich dann wenn viele Leute auch nicht drauf zu kommen aufgehen ich bin auch nicht der Support hängen bis er geliebt aber er gelaufen ja bei uns noch hochgehielt also nicht nur die Menschheit der Kommen und dann war er noch am Leben denn und er hat nun das sei nicht so richtig und wir haben verloren Prozent wir haben es dann die Anfänger und das alles wird vorbeiligte sich aber ich habe nicht so viel gesehen die Mauer um immer wieder in vier aber die Brüder auch nicht sie hat ihn gefehlt Acht haben uns halbierer mehr als gestorben ich bin es nicht so sie mich ich hab von ihr es war das ist hier unterbreitet Buchung unsere Gegner sind scheiße Nee, wirklich Jetzt übertreib's nicht Fuckin' Leon, er geht mir auf den Sack Oh Ja, dank Für die Blumen 5 Sekunden sollte ihn Es will fehlen Es will Ist aber auch ein Dreckschend, ey Ist das so gut Ich bin Leon, er hat Ja Aber ich hab grad zwei Schläger geschafft auf dem Wort drauf zu haben Wenn Timo jetzt hier ist, ne Timo ist tot Oder du musst jetzt gleich wieder kommen Kali kommt Was ist die gefedert? Wo sind die Leona? Ach da Döö Diese erste wieder Ich brauchte auch mal ein Gang oder so Komm her, Aiki, komm her Hä, wieso kann die denn noch stunnen? Wieso kann die noch stunnen? Keine Ahnung Die wurde gesilent Und Timo, wo? William, hast du old? Ich kaufe Timo Lächerlich, ey Ich glaub sie wissen was nicht Wurde dabei gesilent Und konnte danach trotzdem noch stunnen Scheiße 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 Sack des Todes Und da macht sie auch noch den ganzen Temp Weißt du, sie hat uns beide erst auf halbbilder eben runtergehauen Was hast du denn da? A Timo ja auch noch Akkali ist Akkali AS 助so, mal her Versteigees? Es ist eine Sache Du bist du denn da? Ich bin dein Haus Ich habe dich da Ich bin dein Haus Hier Ich hab dich Hier Ich bin dein Haus Ich bin dein Haus Ich bin dein Haus Yen Ich bin dein Haus Dürfen Ich bin dein Haus Alter, Timo ist überhaupt nicht auf seiner Lane. Ich krieg gar nichts mehr. Ich krieg keine Kills. Ich krieg nur nur Tode, weil ich gegank werde. Das ist der Nachteil, wenn man den Tower wegpusht. Boah, der Nachteil. Der Nachteil ist sehr gut, ich kann nur noch mal spielen. Ist das ein AP, Timo? Ja, scheinbar. Das ging nervt er ja auch so. Deathcap, Timo. Deathcap, Timo. Auch eine Mindestmalte, auch eine Scheibe. Ich brauche dir noch. Das stimmt. Ich muss den noch nicht in Ordnung, keine Ahnung. Nicht meiner, ne? Boah. Hauptsache, ich klicke die ganze Zeit dann neben diesem Behinderter. Ich muss noch leben, bitteschön. Ja. Die Lo- Leona ist gefährlicher als der Espiel sogar, ey. Was drauf dir denn, ey? Was drauf dir weg? Alter, mein Deluxe, Mann. Es ist so klein. Yo. Nein. Gott, Leid. Ich schicke genau, wenn ich in den Fight komme, kriege ich Leads. Oh, nein. Und das kann man auch fallen. Ach, ich schicke. Kann man auch noch mehr, ich kann noch nicht mehr healen. Ich bin mir schwirrt. Irgendwie ist unser Fokus jedes Mal auf Amumu. Check ich nicht. Der hält zwar nichts aus, aber trotzdem. wird es sein. Ich bin mir bewusst. Ich bin, ich habe es ja schon gesagt. Also, ich mache jetzt noch mal an. Also, ich bin mir das mit dem Fall. Ich hoffe, ich habe auch noch mal an. Aber ich habe es mir auch Abschneiden. Ja, ich bin mir einfach so ein bisschen toll, ich bin mir mal an. gefunden haben muss ich bin halt so schlecht momentan hast ich mir an leona ekelhaft der einmal schuhe ja schnauze ist doch mal als sache sie haus sich an den minuten haben die europa sieben ist der leider Wir gehen wieder bis drüber Blumenau. Ja. Kannst du mit ihm, Baron Ward? Ja, jawohl. Da ist Schreiner, das kann er gerne nicht kommen. Einfach Fokus Ezreal. Oder Akali. Akali eigentlich mehr. Dieses Mal sollten wir vollzählig werden. Ich wollte gerade aufgehen, oder? und auch gut dort in der Nähe von der Zielgruppe ist der Weitere Max mal drei Uhr ausgleichzeitig legen zählte weitergegeben die weiterentwickeln eigentlich bis zum doch auch nur eine Ruhe wenn du willst ziemlich und dort in der Regel Hey! Ich bin jetzt hier drin. Wir haben Wards. Ich weiß nicht, dass die Irre sind, ne? Ja, wir waren... Jetzt sind wir wieder fünf. Beziehungsweise vier, weil ich tot bin. Wir haben das Spiel erst mit einem. Hm, wie geht meine Details gerade auch rum? Aber nicht so schlimm. Yo! Yo! Fick dich, ey! Geh weg, geh weg! Geh weg, geh weg, gelockt rein! Ich hab ein Schild with you! Sind die gesplittet, da sind alles oben. Nicht beißen, nicht beißen! Sagen Sie bescheuert, oder was, man? Mit dem nur... Alter! Der Timo! Wer denn gefiedet ist? Der ist nicht gefiedet, ja, der hat nicht sein. Auf der L1 hier gehabt. Aber der macht uns... von Anfang an so viel... Ultra viel Damage, das ist selbstverständlich. Kali kommt übrigens wieder zu euch. Oh... So ist die? Ich war grad top. Ich bin Bodyguard! Yo, das geht los über mir. Weiß. Ich hab euch ein Eggers kaufen. Was? Ich sag, ich habe den Eggers, ich kann nicht spielen. Die hier... Das geht gar nicht, wenn man eher dann... wenn man eine Ultra in 1.2 wiederkommt. Geht. Ja, solange die Air-Taste vom Darius geht, ist ja alles gut. Oh, die funktioniert ganz gut. Wir müssen hier mal... Ich mach schnell einen neuen Baron Award. Ich mach schnell einen neuen Baron Award. Wir könnten fighten, 5 gegen 4. Die haben hier einen Award. Das ist egal. Akali ist oben. Ich wollte es ja nur sagen. Hier ist nur ein Tor. Oh, dead reaction. Akali kommt runter. Yo! Fick dich! Nein, 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 nein. Das ist nicht. Das ist nicht. I-n... Auf, komm. Lauf, ein Teil dein Name. Das soll das an, was ich da mache. Jun, ich drückte dir so viel Damage rein. Ich verstehe, warum ich mich verpiss, man. Guck mal. Ich mach mir sourate Ice-Taste und so komisch. ist da habe ich mich verklebt dass das gewicht zu egal kann ich besiegen die schweiz die schlossen erst mit dem stamm ist das aber und sind auch nicht und das wurde ich habe einen großen Ort Also, ich das hier... Ah! Ah! Ich würde das Minion gehackern. Yeah! Ich muss das Problem. Ich will mich nicht helfen. Ich bin halt da. Ich will nicht helfen. Halt! 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 es ist noch gestorben mit einem kuh ziehe ich ein viertel Leben ab oder so ja das ist gut ja nur wenn müssten wir auch mal feiern und nicht immer nur weg laufen ja das sollten wir wohl fehlen aber gerade alle ne gewartet die kommen jetzt gleich von hier die kommen jetzt gleich von hier da wird ein Wort gelegt oder hier also kommt von unten es ist zu spät wenn wir da sind ja dann geht es wieder drauf eyy rennt der komplett durch nicht und sie mein Gott ich habe kein Mann aufgeholt schießt sich ich habe alles rausgenommen ich habe nur ein bisschen rausgenommen der Monat komplett durchgerannt durch das ganze Team und hat mich geholfen das gilt wo ich bin und die es wird dann auch nicht nur tun ich bin so groß ist hier noch nicht drauf ich glaube es wird der Monat komplett von hier nach der Hand um mich zu holen aber ich hätte die alle ich hätte die alle durchulden können ich hatte zu wenig machen ja hast du ihn gesehen hast du eigentlich gesehen? oh lol ich weiß nur was gibt auch was ey man William ich werde gefokust dann mache ich meine Spiel an dann wurde Dings gefokust die AC und dann wurde ich gekillt ich wurde jetzt der Monat hat sich an mich angestellt und hat dann geultet ja genau ja und dann bin ich ich wollte eigentlich erst so rüberflasht dann bin ich auf dem Gift von Timo gestorben warte ich will dich nilen ein Orakel wäre irgendwie von Vorteil ich weiß noch nicht wollt euch doch den Blue dann könnten wir die Pilze von Timo sehen und Akali fokussen nachdem wir erst real gefordert haben was auch da weg da Mr. Riesen was bist du eigentlich ich wollte nix gar nix dein Team hat den Turret mein Ding ist jetzt erstmal wieder gut ich hoffe er geht doch nicht wieder um 2 Uhr Ekelhaft ey dieser Mumu muss ich schon vor 2 AOE Ulds hier kriegst du was selbst ich kriegst du gleich erst mit der Waffe und dann brauche ich was ja erstmal brauche ich ein Damage-Item wenigstens eins das ist ein Damage-Item oder hast du mich schon was ist denn Statik-Ski was ist das denn hat Smallman das ist das eine Scheiße man halt die Fresse das ist genau wie dieses als was vorher aufgenommen es ist wie ein Phantom Dancer Phantom Dancer? noch viel mehr das ist ein Phantom Dancer mit Damage Scheiße ist das mhm das sei echt nicht schlecht Glückwunsch also haushalungen gehen sich bis vor als AFK hauptsache wieder bei mir surrounded von Enemies was da los das ist 3 da war der erste macht dieser ist noch mehr so Angst und dann hat sich erfahren 7 2 10 und dann will ich mir nichts machen hol ich mir meine Erste Lüsse der Mumu ist geschlossen ja oh oh das macht es noch ganz schade die Welt macht keinen Schaden mehr aber ich meine mit Leon und Mumu das ist ein War Darius ja guck mal wo ich bin ja nach oben ja ich komme nicht mit durch den Jungle da rein das wäre mein Druck gewesen können wir jetzt mal was starten ja lass uns die Barren ja lass uns die Barren die Wagen am Ecke ich denke ich wäre cool nein lass uns auf die Barren lass uns hier warten wenn die den Anfang haben wir bessere Chancen glaube ich wir wollen wir nicht hier rum weil da keine Worte ist hey ich fang ja nicht 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 fang hallo hallo Timo wir haben ihn alle Ton ihr Fotzen ja das ist doch nicht durch den Pilz hier mit alle drei Arme oh fuck das ist mir vorgezogen Alter der Thema hat mir alles Leben abgezogen mit einem Pilz weil ich mach so viel damage wenn ich da einfach alle Treffen das ist krass aber ich war dauer gestanden ich hab nicht einer Ult rausgekriegt nur die letzte ein Ding mal spürst du Darius läuft eigentlich ganz gut ich hab versucht nach unseren Nocturne zu retten mit Ult und W ja du hast gut gemacht ich hab den Baron gesmised und ich hab ein bisschen damage das ist ein guter Teamfight auch wenn sie in 2.300 von uns gestorben sind ja wenn die alle so zusammenstehen wenn wir zusammenstehen dann haben wir schlechte Garten Leona ult, Amomo ult, Asso ult Antwerp Schöpfe ab dem Ort dort aber nur noch der Schüssel das ist ein das ist eine die Gäse die Gäse die Gäse woanders geht die Räume die die Merlin das geht es nicht HÄH?! Die kann mich dann... Überlebt das jetzt! Überlebt das jetzt! Oh, ne. Ja, sorry, ich wollte unseren netten, lieben, kleinen D-Carrie retten. Das ist gut, danke. Und warum der nicht stirbt? Oh, macht der Damage. So, wo ist denn hier Quicksilver? Ja, Magic Rises Quicksilver. Ich hab übrigens jetzt ein Frozen Haar, ne, also holt euch das nicht. Ich hab mir einen Eggers. So, jetzt reichen dir den den Arsch auf. Erinn mich bitte an Torelias, wenn ihr das braucht, weil ich vergessen mal diese Scheiß-Taste dafür zu drücken. Pass auf, Mulder, ey. Du... Alter. Du schreist schon danach. Höh, kill mich! Kill mich! Please! Das ist kein Schreiten mehr, das ist schon ein Flehen. Kann ich den Thread haben? Bebaust du den? Wäre cool. Dann sterbe ich auch nicht wieder instant. Ich bin grad nicht gestorben. Ja, Mery, wir müssen was machen jetzt, komm! Ja, dann lass's Drag machen. Ja, guck, guck. Das geworden, ne? Ah! Es ist egal. Sollen sie halt herkommen. Wir haben bessere Chancen jetzt eigentlich. da, dann mach ich wirklich. Willkommen. So, sind die alle hier? Ja, noch? Nee, die sind noch schon? Noch halt nicht alle. Die sind alle noch einmal mit. Sind zuviel? Ja, warten wir. Die haben doch gerade alle noch mitgelassen. Wann wir. So, komm! Ja, komm, komm! Komm, 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 komm. der Wettbewerb im Rennen das ist ja ich bin aber es ist ein das Erachträgen den Weg auf den Schleisern machen eine Abiliebung wenn man es sei die Hälfte neben er macht sich bereit macht Reit nach dem Reit eigentlich brauchen wir auf der Zweite er kommt auf auf es will auf es will Fakali! Yee! Yee! Jawohl! So, jetzt einer nach unten und wir pushen. Aber wir können zu Ende pushen! Bleib hier, bleib hier! Äh, Knacktur! Nehmen Sie gerade da hin. Oh Gott, man schafft ja so. Komm, Knacktchan! Komm, Knacktchan! Hux! Komm mal auf, bitte! An diesen 20 Sekunden tot! Ohne Scheiße! Nein! Wir beenden wir das Spiel hier jetzt, oder was? Ja, wir haben hier! Ist der Ende? Das ist 25, 25, wieder das Spiel wir enden. Ne, wir wollen uns auch noch verkacken. Ja, dann beenden wir das hier. So, ne, sieben's gut. Hey, sie kann Ultimache, obwohl ich so... Boah! Ey, die Lags hab ich aber auch... Das war krass, ey! War ja fast ein sicherer Sieg, ey!